Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, 2. Bundesliga 2022-2023, 19. Spieltag, Kaiserslautern gegen Holstein Kiel, Ergebnis 2 zu 1. Startelf, Kaiserslautern, Lute, Zimmer, Kraus, Buch, H, Zuck, Neuhaus, Tomiak, Opaku, Hanslik, Redondo, Devins, Beuth, Startelf, Holstein, Kiel, Schreiber, Lorenz, Wahl, Schulz, Erras, Becker, Brotard, Sander, Rese, Skowiski, Vincent, Friedrich. Das war's von Kaiserslautern gegen Holstein Kiel, 19.32 Uhr.